Vor einiger Zeit habe ich mal ein Videoclip zu den weltbekannten Nazca-Linien gemacht. Wer dieses Video von mir noch nicht kennt, für die habe ich das Video mit in der Beschreibung verlinkt. Bei den Nazca-Linien handelt es sich um viele übergroße Bildmotive, die in unterschiedlichen Regionen in der Wüste von Nazca in Peru nur durch einen reinen Zufall entdeckt wurden. Viele Touristen zog es zu den weltbekannten Motiven im Wüstenboden. Bis heute ist laut Experten zufolge einfach nicht bekannt, wodurch oder durch wem diese mysteriösen Linien überhaupt entstanden sein sollen. Manche behaupteten, die Motive sollen vor Jahrhunderten von unseren menschlichen Vorfahren erstellt worden sein, nur um dadurch mit außerirdischen Wesen kommunizieren zu können. Dies wäre auch eine plausible Möglichkeit, da diese Linien nur aus der Luft zu erkennen sind. Andere Quellen wiederum behaupteten jedoch, dass die Nazca-Linien von einer bisher unbekannten beziehungsweise außerirdischen Macht entstanden sein sollen, wo allerdings der Sinn und Zweck für die mysteriösen Linien bis heute immer noch nicht entschlüsselt werden konnte. Trotz seiner bis heute nicht gelösten Mysterien zählen die Nazca-Linien in Peru zum achten Weltwunder, sowie auch zum UNESCO-Welterbe. Jedoch gab es zu diesem Weltwunder eine weitere unglaubliche Entdeckung, die viele Experten vor weitere offene Fragen stellten. Denn im Sommer 2017 fanden Wissenschaftler in der Nazca-Wüste in der Nähe der weltberühmten Nazca-Linien mumifizierte Überreste von menschlich anmutenden Wesen, die jedoch sehr klein waren und nur drei Finger und Zehen aufwiesen. Zuerst wurden die Überreste als Mumienfragmente von einer bisher unbekannten Spezies eingeordnet. Doch dann wurde diese Theorie jedoch später von einigen Theoretikern widerlegt, da man schnell herausfand, dass es sich hierbei um einen Scherz von Alien-Fans gehandelt hatte, die einfach nur aus menschlichen Überresten Fake-Alien-Leichen erschufen. Wie genau das gemacht werden konnte oder wer überhaupt dafür verantwortlich war, konnte man nicht herausfinden. Schnell wurde der Fall der falschen Alien-Leichen bzw. der Mumien als abgeschlossen befunden. Jedoch meldeten sich später gleich zwei Forscher zum Fall, die hierbei ganz anderer Meinung waren. Bei den zwei Forschern handelte es sich um einen Dr. José Benitez, ein Arzt für forensische Medizin, und einen Skelettexperten mit dem Namen Dr. Edson Vivanco. Die beiden Experten nahmen bei ihren Untersuchungen die gefundenen Mumien genauer unter die Lupe und kamen hier zum Schluss, dass es sich bei den Mumien um eine nicht-menschliche Spezies von bisher unbekannter Herkunft handeln würde, wo hierbei auch die alten Alien-Theorien zu den Mumien wieder mit in den Raum geworfen wurden. Jedoch wurden bei den Mumien DNA-Tests durchgeführt, die diese Theorien später schnell widerlegten. Denn durch die DNA-Tests fand man heraus, dass es sich bei den Mumien um menschliche Überreste gehandelt hatte und dass es sich hierbei, wie man vorher annahm, nicht um außerirdische Leichen gehandelt habe. Jetzt könnte man behaupten, dass es sich hierbei nun herausgestellt hat, dass es sich bei den Mumien nur um harmlose Mumien von lang verstorbenen Menschen gehandelt hatte, die vor vielen Jahren in der Nazca-Wüste mal einst beerdigt wurden und somit der gesamte Fall nun ein Ende gefunden hat. Jedoch ging aber die Geschichte zum Ursprung der Mumien, seitens von Experten und Forschern, noch weiter. Denn die Wissenschaftler haben bei der Untersuchung der Mumien bzw. bei den Skeletten der Mumien bestimmte Ungereimtheiten in ihren anatomischen Aufbauten und Strukturen herausgefunden. Außerdem sollen nicht alle DNA-Tests bei den Mumien gezeigt haben, dass jedes Testergebnis menschliche DNA nachweisen konnten, wodurch also hier die möglichen Theorien über Außerirdische wieder angesprochen wurden. Der forensische Mediziner Dr. Benitez gab selbst bei seinen Untersuchungen an, dass er auch viele Besonderheiten in den Skeletten der Mumien entdeckt hatte, die nicht von menschlicher Natur sein konnten. Hier fand der Forscher heraus, dass die Skelette der Mumien eine viel breitere Knochenstruktur hatten, als die bei einem Menschen üblich ist. Außerdem hatten die Skelette der Mumien drei Finger und drei Zehen, welches die bisher wichtigsten Unterschiede gegenüber einem menschlichen Skelett waren. Der Skelettexperte Dr. Vivanko gab hinzu noch an, dass sogar der Schädel bzw. die Schädelform der Mumien von nichtmenschlicher Natur waren, da zum Beispiel der Schädel an sich viel größer, die Augenhöhlen viel breiter, die Nasenhöhlen zu klein waren und der Kopf der Mumien weder Gehör noch Nervengänge für ein durchschnittlich funktionierendes Ohr aufwiesen. Trotz all dieser Ungereimtheiten, die man bei der Untersuchung der Mumien herausfand, waren jedoch die Organisatoren des Weltkongresses für Mumienstudien der Meinung, dass es sich bei den sogenannten Alien-Mumien letzten Endes um ein Schwindel gehandelt hatte. Ob dies jedoch tatsächlich wahr ist, wird von manchen Leuten stark angezweifelt. Die absolute Wahrheit über diesen Fund, so heißt es, scheint wohl irgendwo da draußen zu sein, in der weiten Ferne des Alls. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017